So Freunde, wie es aussieht, hat Albus da einen kleinen Disstrack Richtung Mois rausgeballert und ich würde sagen, wir lassen uns auf gar keinen Fall lumpen und gehen da rein, Freunde. Lieblingstrack von Albus und Soko, Lass einen bauen. Keine Ahnung, warum ist irgendwie meine Playlist gelandet und ich feier den des Todes. Hey Bro, Oskar Verlein hat da getrunken. Oskar Verlein? Okay, also bis jetzt nur Facts. Alles wurde schon erwähnt, da wird niemand um das Herz gebrochen. Sehr sportlich. Nice. Nice Bro, alles klar. Alpa Abi wird sich bestimmt freuen, ein bisschen Werbung für ihn. Ey, schöner Flow, macht einfach Spaß so. Also, ich muss einfach nochmal sagen, sehr, sehr sportlich bis jetzt. Macht Spaß zuzuhören. Schöner Flow, ein gewisser roter Faden ist dabei. Huh. Ja, ihr seid Blender, ich weiß wer du bist. Mach mir kein Memos, es wird seltsam, wenn du mich mal triffst. Es hat sich einiges verändert, wenn du mich mal dist. Fall ein paar Kugeln aus der Heck. Klar, pass auf, wenn du fickst. Pass auf, wenn du fickst. Hier sind kein Männer. Oh, krass, Mann. Schöner Flowwechsel. Bei mir geht es hier auch richtig ab. Macht richtig Lust auf mehr. Ja, also ich finde generell so Albus sehr, sehr musikalisch. Ja, moin, das war es mal wieder komplett. Katze hat einfach Instagram ausgemacht. Ich wollte sagen, ich finde Albus generell sehr, sehr musikalisch. Einfach richtig abwechslungsreicher Künstler. So mit Autotune haben die sowieso voll drauf. Total salonfähig. Im Gegensatz zu, naja, ihr wisst schon wem. Okay, es geht weiter. Es hat sich einiges verändert, wenn du mich mal dist. Fall ein paar Kugeln aus der Heck. Klar, pass auf, wenn du fickst. Pass auf, wenn du fickst. Ihr seid kein Männer, ihr seid Kinder, Cartoons. Kann nicht verstehen, was du da wieder versuchst. In jeder Richtung sind die Lieder nicht gut. Um zu performen brauchst du Rhythmus im Blut. Wir kommen rein, Paul. Du machst jetzt Songs so auf. Ich gucke lieber Setzer ohne Übersetzer. Freunde, kleiner Side-Fact. Ich habe bis heute seinen Part auf, ich sage jetzt mal, Sunny's Feature nicht gehört. Ich traue mich immer noch nicht, Bro. Also, da kann ich leider nicht mitreden. Aber ich habe zumindest schon die Lyrics gelesen. Und, ja. Ja. Setz mich auf. Euer Leben vor der Kamera. Schau, du was nie in-hapst und du weißt das auch. Check mein Stil vor der Kamera, real. Ein Leben auf der Kippe mit weiterter Profil. Aus Prinzip, weil ich schüsse auf Beats. Hab'n Mengen verdient, du das ohne Musik. Boah, ich weiß, dass du seht, als wenn ich drop. Denn mittlerweile geht so ein bisschen in mein Kopf. Du warst so logisch und so eklig, geh nicht stoff. Mein Gott, alles Fakten, was ich red, ist kein Schrott. Booyaka, Booyaka. Six, one, nine. Bitch, don't speak, denn da kommt nur Scheiß. Es ist ganz normal, dass dich das Geld schmeißt. Weil eine Flasche nicht reicht. Ja, ihr seid blind. Boah, jetzt kommt die hoch, Mann. Geil. Einfach schönes Ding, Alter. Einfach schön. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt, Alter. Ich weiß, wer du bist. Mach mir kein Memos, es wird seltsam, wenn du mich mal triffst. Es hat sich einiges verändert, wenn du mich mal triffst. Fall ein paar Kugeln aus der Heck. Klapp was drauf, wenn du fickst. Boah, ich hoffe, das Ding kommt auf Deezer. Kommt safe. Safe in die Playlist, Mann. Ich bin echt gespannt, was ihr dazu zu sagen habt, Freunde. Also, Soko und Albus feiere ich. Albus, wie gesagt, sehr, sehr, sehr musikalischer Typ in meinen Augen. Geiler Track, Alter. Kann man nichts anderes sagen. Hat richtig Spaß gemacht. Und ich glaube, das Feedback ist jetzt auch sehr, sehr positiv. Ja. Ja, Freunde, ich bin gespannt auf eure Kommentare. Kleine Werbung in eigener Sache. Ich hoffe, am Dienstag kommt die nächste Folge Try Not To Love mit Bestrafung Katzenfutter Snacks. Okay. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Also. Ich freue mich auf jeden Fall schon. Und hoffe, wir sehen uns das nächste Mal auf jeden Fall wieder. Da weit, ihr Pazane. Ciao. Ciao. Ciao.